Die Europaden uns, also in ihrer Ektizienzarten, holen die Europaden ab. Ja, die sind gefährlich. Das ist noch so ein älterer, zwei ältere. Das sind drei Familien dann wahrscheinlich. Ja, mindestens, weil ein Vierter ist ja auch schon im Haus, weil da auch zwei Menschen. Guck mal, wie die auch immer da sitzen, so fürstlich. Ja, ja, das sind die Oberchefs. Die Weibel, das sind die Leute, die hier umzumacken Baby sitzen. Süß, die Kleinen, die sind süß.